Er hat drei Offensivwaffen und dafür sehr wenig Defensivkapazität. Sein Gegner, massiv gepanzert, ein bisschen schwerer, Lupus, der Sekutor. Der Sekutor wurde auch Kontra-Ritiarius genannt, also eine Klasse explizit entwickelt, um gegen den Ritiarius bestehen zu können. Der massiv gepanzerte Helm hat einen Kamm, auf dem das Netz abrutscht, nicht hängen bleibt. Alle anderen Kämme sind eckig. Dazu hat er einen großen Schild, der den ganzen Körper schützt, das Scutum. In seiner rechten Hand findet sich das übliche Gladius, geschützt mit einer Manika. Sind beide Kämpfer bereit? Grün gegen Weiß. Proberte! Ein wunderschöner Wurf des Ritiarius. Der Sekutor komplett greift. Und ich mache ihn aber nicht kampfunfähig, sondern der Sekutor greift an. Der Ritiarius muss sich zurückziehen, wirft mit dem Dreizack und sticht mit dem Gladius. Warte, warte, warte. Das ist technisch unglaublich anspruchsvoll, weil er alle drei Waffen in einer Technik verwenden kann.